Es, das Mädchen, sie, ist jung und steht und schaut im Spiegel das Gesicht. Im Spiegel schaut es ihr Gesicht und zeigt nur bis zum Hals der Spiegel. Das darunter zeigt er nicht. Da ist sie froh, dass nur Gesicht und alles andere nicht im Spiegel, denkt sie, nur der Kopf. Da ist sie froh, dass andere unten zeigt er nicht und schaut kurz runter. Es, das Mädchen, sie, das Wasser, kalt, das kühlt die Hände in der Muschel. Warmes Wasser gibt's hier nicht, der Schulwart hat gesagt, das ist gesund, das kalte Wasser. Seife auch nicht, greift zum Handtuch, sie, der nasse Fetzen, Wochen alt. Der Rost vom Haken zieht sich mit seinem Braun ins Gewebe rein. Als hätt man sich den Arsch gewischt damit und wieder hingehängt, denkt sie, das Mädchen, es. Ob das der Schulwart auch gesund? Es lacht und denkt bestimmt und bleibt noch bisschen stehen. Schaut in den Abfluss rein, das heißt ins Nichts. Den Kopf gesenkt, kein Spiegelbild, nur weißes Porzellan mit in der Mitte einem Loch, durch das der Dreck ins Nichts und weg. Die Glocke läutet draußen vor dem Klo und scheucht die Kinder auf und hört die Kinder laufen, sie, und in die Klassen rein und Türen hinter Kindern knallen, hört es, sie, und rührt sich nicht und bleibt noch stehen und lauscht und wartet, bis es ruhig und bis kein Kind mehr auf dem Gang und alle in den Klassen drinnen, hört die Türe von dem Lehrerzimmer auf und zu und noch einmal auf und zu, hört Lehrerschritte auf dem Gang und gehen Türen auf mit Kindern hinter jeder Tür und Lärm heraus und Sessel schieben, aufstehen, guten Morgen, Türe zu, dann hört sie gar nichts mehr und steht noch immer es, das Mädchen, sie, es ist in Sicherheit.